Der gute Heinrich hat einiges erleben müssen und wir möchten jetzt unsere Eltern und gegebenenfalls auch Freundin Skalitz bestatten. Herr Robert, er war dagegen, ändert nichts. Wir gucken, dass wir uns jetzt ein Pferd beschaffen und danach Skalitz zurück reiten, um das auszuführen. Und bevor wir das machen, checken wir ganz kurz noch die Stats, die wir haben aktuell, denn da dürfen wir mittlerweile jetzt auch wieder etwas skillen. Aktuell haben wir das jetzt bei Stärke, Bollwerk oder Huckepack. Gegnerische Angriff zu blocken kostet nicht 30% weniger Ausdauer. Und das klingt gut. Das nehmen wir. Ich glaube, das wird sich auch als hilfreicher weisen für die nächsten 200 Stunden. Wo ist unser Pferd? Da ist es. Da ist es nicht unseres. Wieso stehlen? Ich will jetzt nicht unbedingt ein Pferd stehlen. Ich kann da leider nicht aufsitzen. Da stehen wir jetzt nicht. Was passiert, wenn ich es ansehen? Okay, mein Pferd zeigt ja nichts an. Das bedeutet, ich habe auch kein Pferd. Wenn ich ein Pferd stehe, das wäre natürlich jetzt nicht so drückt. Wir sind sehr viele Zeugen. Und ich will die Leute in Thallenberg ja auch nicht verärgern. Dann machen wir es doch anders. Wir schlafen. Und in der Nacht stehen wir ein Pferd. Und reiten dann nach Skalitz. Sofern wir ungestört mal schlafen dürfen. Trödel nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Na komm schon, jetzt zwingt ihr mich dazu, nicht zu schlafen. Natürlich doof. Okay, aber ein Pferd stehlen werde ich nicht. Das ist mir zu heikel. Ich laufe jetzt erstmal ein Stückchen raus. Gucke erstmal, ob ich überhaupt irgendwo rauskomme. Ja, ich könnte da runter. Und da unten? Vielleicht gibt es da unten irgendwo noch ein Pferdchen. Rechts oder links? Ja, unsere Kleidung ist halt auch schmutzig wie Bolle, ne? Ah, da unten, das könnten Stallungen sein. Ah, das ist ein Aktivitätengeber. Also wir gehen mal erstmal da hin. Okay, wird jetzt gar nicht mehr auf der Kader angezeigt. Gerade eben wurde es angezeigt. Okay, dann folgen wir den Weg mal nach Süden. Entlang zu diesem unerforschten Ort. Da oben links gibt es ja auch noch was. Das gucken wir uns als erstes an. Persönlich absetzen. Was? Nein! Ich hoffe, die sperren uns nicht ein. Probieren wir es nochmal mit der Redekunst. Wenn ich es jetzt nicht tue. Die Dollen werden sie in Stücke reißen und über ungeweiltem Boden verstreuen. Und ich sitze hier fest. Ein Katzensprung entfernt. Na gut, schubse mich. Ich sage, du hättest mich überrascht und ich wäre gestürzt. Ich kümmere mich um die anderen. Und du machst umgehend die Fliege. Ein netter Kerl. Verflucht! Mist! Mein Knöchel! Okay. Nehmen wir mal die Beine in die Hand. Vielleicht können wir hier irgendwo ein Pferd klauen. Ich will das nicht halt unbedingt in der Burg machen. Das ist unschön. Folgt uns jemand? Nein. Ich würde ja auch ein Schwein nehmen und auf dem Schwein reiten. Das wäre natürlich auch eine Option. Das gießt hier schon wieder. Das ist ein Schwein. Die reiten wir jetzt. Das ist ein Kamm auf dem Rücken. Kühe. Auf Kühen könnten wir natürlich auch reiten. Was? Also er soll ja springen können. Aber irgendwie springt er bei mir gar nicht. Ne? Mit X springen, klettern. Das ist doof ist, wenn ich X drücke, dann zieht er die Waffe. Also von daher schließe ich mich nicht ganz. Ne? Hier sieht man es. Halte ich X, zieht er die Fackel. Ja, mit Leertaste macht er es. Das ist super. Wollte ich mir jetzt echt sagen, dass das mit dem Pad nicht gescheit geht. Leute, was tut ihr da? Man kann es aber auch nicht anpassen. Und springen, klettern stimmt hier nicht. Er macht das nicht. Was ist denn das? Blocken, parieren? Ich will gerade schauen, ob aus irgendeinem Grund die Tasten irgendwie vertauscht sind. Es ist halt echt doof, dass er die Waffe zieht. Wenn ich es mit der Tastatur mache, springt er. Na klasse. Das heißt, immer wenn ich springen möchte, muss ich das mit der Tastatur machen. Erstmal. Oh, Leute. Na gut, dann gib mir eben Silber. Lass mich. Ich gebe dir Silber. Wie viel? Viel haben wir nicht. Du hast nicht genug Geld. Wohl kaum. Außer zurück hinein. Aber ich muss. Gut. Ich komme mit. So ist es. Das ist jetzt doof. Das heißt, wir dürfen uns nochmal herausbewegen und irgendwie gucken. Was mir nicht gefällt, ist, dass die KI mich bemerkt hat, obwohl sie mich eigentlich hätte bemerken dürfen. Also, er hat in eine komplett andere Richtung geguckt. Und hätte mich gar nicht sehen dürfen. Und das ist natürlich doof. Also, da kann ich mich ja überhaupt auf gar nichts verlassen. Und das erschwert es natürlich unnötig. Aber das mit dem Springen ist ärgerlich. Also, dass das nicht geht. Warum, dass er die Waffe zieht. Aber keine andere Taste macht das. Also, er springt mit keiner Taste mit dem Pad. Also, muss ich mir angucken, woran das liegt. Also, er zieht oder steckt das Schwert wieder weg. Das ist da wie immer mit Leertaste zu springen. Das ist super. Das sind so Kleinigkeiten, die dürfen halt eigentlich nicht passieren, finde ich. Also, ich mache das Spiel für sehr viel Spaß, aber man darf natürlich nicht darüber hinwegsehen, dass es auch Fehler gibt, die dann einfach auch den Spielfluss stören. Und ich finde das schon sehr störend, wenn am Gamepad alles funktioniert, aber jetzt dann sowas wie springen funktioniert nicht. Und das ist etwas, was man ja eigentlich auch einfach feststellen kann und testen kann und vor allem lösen kann. Ich brauche ein Pferd. Einen ganzen Weg nach Skalitz will ich jetzt nicht laufen. Und ein Arbeitskollege von mir, der das auch spielt, der hat genau das gemacht, der hat kein Pferd geklaut, oder kein Pferd genommen. Und er meinte, er ist den ganzen Weg, musste er nach Skalitz laufen. Er ist ja immer noch unterwegs. Ich glaube, er ist nie angekommen bisher, muss ich mal fragen heute. Und, ähm. Er ist oben reiner noch, äh, sehr stark verletzt, oder sehr schwer verletzt, also. Das ist natürlich, sind natürlich die besten Voraussetzungen. So, ist das jemand, mit dem ich reden kann, oder ist das ein, eine Wache, der ist es, ein Bürger. Ich habe nichts vor. Reden wir mal mit dem Gerber. Gesundheit. Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Super. Außer, du bist von der wachheisigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister, und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen. Nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Meisterjäger glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Benötigst du denn keine Häute? Ich brauche die Haut von einem stattlichen Hirsch. Ein reicher Händler will sich einer an die Wand hängen. Als ob irgendwer glauben würde, dass er ihn selbst erlebt hat. Sehr praktisch. Wir können zwar noch keinen Bogen schießen, haben keinen Bogen, keine Pfeile, aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir solche Missionen hier annehmen können. Und wir werden uns wahrscheinlich dann auch als Gerber ausbilden. Oder zumindest zum Teilen. Hoffe ich mal. Pferd hat er auch nicht. Das ist natürlich besonders prickelnd. Okay, zoomen wir mal raus. Skalitz ist weit weit entfernt. Ravna, wo wir vielleicht das nächste Pferd bekommen können, liegt dazwischen. Aber das ist auch weit weit weg. Hier sieht man ein kleines Lager mitten im Wald. Könnte vielleicht der Jäger sein. Hier nochmal vereinzelte Häuser. Also ich werde da noch mein Glück versuchen. Denn es ist mir zu gefährlich aktuell, wenn hier noch die Wachen rumlaufen. Lass mich überspringen da. Da komme ich nicht drüber hinweg. Super. Ah, Leute. Warum, 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 warum? Warum sollte er eigentlich mit dem linken Digitalkreuz, also Digitalpad links, sollte er eigentlich die Waffe ziehen. Das macht er gar nicht. Und ja, an den Kontrolleinstellungen liegt es nicht. Ich kann es noch kurz mal vergleichen. Er öffnet hier die Hauptstufe. Ich drücke mal rechts. Er öffnet da die Quest. Unten öffnet das Inventar. Und oben öffnet da die Karte. Also, die Digitalpad-Belegung ist schon korrekt, würde ich erst einmal behaupten. Ich bin echt froh, dass er irgendwie nicht beeinflusst wird durch Regen. Und dass er dann friert und all diese ganze Survival-Überkram. Kram natürlich aus meiner geschmacklichen Sichtweise. Aber es reicht ja schon, dass er Hunger hat, dass er schlafen muss und sowas. Das finde ich auch gut. Das passt schön auch so ein bisschen in das gesamte Spielkonzept. Aber ich finde jetzt noch so Regen und dann Feuer machen und sowas, das wäre mir schon ein bisschen zu arg. Sag mal, ihr habt alle keine Pferde? Aufgabe fehlgeschlagen. Wir schaffen den Pferd. Na super. Oh, aber auf der Flucht ist abgeschlossen. Auch gut. Das sieht so aus, als wir jetzt aber bereits vor. Oh, da war mein Pferd. Mann, Mann, was ist ja ein Massaker hier. Übel, die haben wir auch noch verbrannt. Was ist das für eine Örtchen? Soll das Scarlics sein? Haben die jetzt uns über einen... Das wäre natürlich schön, wenn sie so einen kleinen Cut gemacht hätten. Na, das nicht, aber es ist Raufna. Okay, also es ist... Wir haben schon so einen kleinen Sprung gemacht, denn ich war ja nur hier in diesem Gebiet. Bin ein Stückchen rausgelaufen. Und schon haben wir uns jetzt nach Raufna befördert. Da bin ich beruhigt. Okay, dann durchsuche ich mal hier zumindest mal die Umgebung. Vielleicht finde ich doch noch irgendwo Pferde. Und ich werde mich da mal drum kümmern und versuche herauszufinden, was mit dem Springen auf sich hat. Mit dem Gamepad. Und ich will kein Hybrid spielen aus Gamepad und Tastatur. Wäre das eine oder das andere. Gamepad wäre mir natürlich wegen des Kampfes und den Analogsticks lieber. Wir werden sehen, wie der weitere Verlauf unserer technischen Abenteuer ist und natürlich die von Heinrich. Klingeln kommen Deliverance. Nächste Episode folgt bald. Klingeln 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 Klingeln